Hallo Leute und willkommen zur nächsten Rote vom Cleverboten, einmal nach langer Zeit wieder, ich hab's gerade aufgenommen und ja, Fraps, sag ich nur, ist sehr schlecht dafür. Deswegen mach ich jetzt auch nur mal, äh, sagen wir mal ein paar Minuten. Ja, das ist, ja, gut. Äh, ja. Hallo! Das war gerade ein sehr interessantes Gespräch, nämlich... Hallo, muss ich was sagen? Was denn? Ich bin schwanger. Von wem? Von dir? Oh mein Gott! Wer bist du? Eine Schweigeminute für diese Dummheit. Ich bin der Flo. Trittest du mich? Wieso denn? Deswegen muss ich dich ja nicht töten. Nur kommend. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Gut, wie alt? Tja, wie alt bist du? Tja, wie alt bist du? Ja. Ja. Ein sehr interessantes Gespräch. Ja. 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 Nein Ich dachte jetzt gesagt, aber nein Ja Nein Hast du eine Freu- Eine Freundin? Nee, du Nee, du Ich habe keine Freundin Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Ja 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 Yamaha Ich spreche in deine Sprache nicht Nix Englisch Ja Jee No Nein Mal sehen Mal sehen, was er darauf antwortet Doch Äh Ausrufezeichen 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 Rufzeichen 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 Walner Was ist Weil es so ist weil es so ist soll ich das buchstabieren vielleicht ok welche pizza magst du am liebsten ja das ist eine coole pizza coole pizza aha also alles ja genau und ich würde dann auch mal sagen was das auch für diese folge war am glabbert und ja nach langer zeit ich habe den übrigen sie gerade am arm und dann würde ich mal sagen was das auch für die folge und ich sag schon wieder ich brauche eine neue verabschiedung und schau